Hallo und herzlich willkommen zum ING Markets Morning Call am Montag, dem 11. August 2014. Wir starten in eine neue Woche und hoffentlich konnten wir alle das Wochenende zur Erholung nutzen, nachdem uns der DAX bzw. die Börse in der vergangenen Woche doch ein ziemlich herausforderndes Umfeld geboten hat. Mit einem Wochenminus von 2,2% verabschiedete sich der Index am Freitag bei 9.009 Punkten ins Wochenende, konnte sich dabei gerade noch so über der psychologisch wichtigen Marke von 9.000 Punkten behaupten, nachdem es am Freitagvormittag doch bis in den Bereich um 8.910 Punkte nach unten gegangen war. In der neuen Woche stehen auch wieder eine Reihe Zahlen und Daten auf dem Programm, nachdem wir am heutigen Montag noch ein wenig ausruhen und gerutsam starten dürfen, geht es am Dienstag weiter mit dem ZEW-Index zur Konjunkturlage in Deutschland und hier wird eine Eintrübung erwartet. Am Mittwoch steht der Verbraucherpreisindex auf dem Programm, der unverändert zum Vormonat erwartet wird. Des Weiteren sprechen, und das sind die zwei wichtigen Termine des Mittwochs, die Federal Open Market Committee Mitglieder Dudley und Rosengreen zur Lage der US-Zinspolitik. Diese Reden können durchaus Einfluss auf die Börsen nehmen, wenn sich daraus mögliche Anzeichen auf eine Beibehaltung der niedrigen Zinsen oder auf ein baldiges Anziehen der Zinsschraube ableiten lassen. Am Donnerstag geht es weiter mit dem deutschen Bruttoinlandsprodukt und auch hier, Ja, da muss ich eigentlich gar nicht so mit meiner Stimme nach oben gehen, sondern eigentlich nach unten, denn auch hier wird ein deutlich schwächerer Wert zum Vorquartal erwartet. Des Weiteren spricht die EZB bzw. legt ihren Monatsbericht vor. Auch hiervon lassen sich für die europäische Zinspolitik möglicherweise Implikationen ableiten, wie es in der Eurozone mit den niedrigen Zinsen weitergehen kann. Bereits am Donnerstagnachmittag und auch am Freitag setzt sich das fort. Eine Reihe von Konjunkturdaten aus den USA, begonnen bei der Arbeitslosenhilfe über den Empire State Index von New York. Die Industrieproduktion und die Konjunkturerwartungen aus Michigan erwartet uns zum Wochenende eine Reihe von Daten, die wir um Aufschluss auf die konjunkturelle Lage der USA geben und darüber hinaus somit auch einen möglichen Anhaltspunkt liefern, wie es mit den Zinsen auf der anderen Seite des Atlantiks weitergeht. Viel geredet und lange unser Startbild gesehen, deswegen schauen wir uns jetzt den DAX an, nämlich auf die lange Sicht der letzten 5 Jahre. Wir sehen zwei Aufwärtstrends, zwei langfristige Aufwärtstrends, einen kürzeren, einen längeren. Der kürzere beginnt Mitte 2011 und verläuft derzeit zwischen 8700 und 10300 Punkten. Der längere befindet sich zwischen 6578 und 9414 Punkten. Aktuell befindet sich der DAX noch im kürzeren der beiden Aufwärtstrends, nachdem er am Freitag bei 9009 Punkten schloss. Allerdings, und das bereits in der Vorwoche, die 40-Wochen-Durchschnittslinie, die momentan bei 9508 Punkten verläuft, deutlich nach unten unterschritten hat. Das gab es zweimal, wenn wir uns die letzten 5 Jahre anschauen, nämlich einmal Anfang 2008 und Mitte 2011. Alle 3 deutlichen Unterschreitungen dieser 40-Wochen-Linie haben wir mit dem roten Kreis gekennzeichnet. Und was bei den ersten beiden Kreisen, was anschließend geschah, das war ein weiterer Abverkauf nach unten, der Mitte 2011 sogar bis an die Unterseite des langfristigen Aufwärtstrends führte, der momentan bei, sagen wir, 6600 Punkten verläuft. Muss nicht passieren, keine Angst, davor haben wir noch reichlich Unterstützungen im Markt. Sollte es weiter nach unten gehen, ist die erste Unterstützung, auf die es ankommt, die Unterseite des Aufwärtstrends bei 8710 Punkten. Darunter hinaus, deckungsgleich mit zahlreichen Analysten, befindet sich bei 8100 Punkten. Ein weiteres Kursziel, an dem sich der Index dann wieder nach oben drehen kann. Schauen wir uns noch den DAX-Aufsicht der letzten 6 Monate an und sehen die doch rasche Abwärtsbewegung der vergangenen Tage, die den Index in Richtung bzw. in der Konsequenz am Freitag um wenige Punkte unter das bisherige Jahrestief bei 8913 Punkten drückte. Somit befindet er sich, somit kann am heutigen oder in dieser Woche eine Gegenbewegung einsetzen, die bis um 9166 Punkte dem April tief laufen kann, oder sogar, sollte es zu einer Eindeckungsrallye kommen, sich diese bis 9425 Punkte fortsetzen kann. An dieser Stelle spätestens müsste die Charttechnik des DAX neu bewertet werden, ob es weiter nach oben gehen kann, zumal wir uns dann noch wieder im Bereich der 200-Tage-Linie, die aktuell um 9493 Punkte verläuft, befinden, oder ob es an diesem Widerstand zu einer erneuten Richtungswende kommt und der Index seine bisherige Abwärtsbewegung fortsetzen wird. Abwärts ging es auch zuletzt bei der Aktie der Deutschen Telekom und zwar ziemlich heftig, wenn wir uns die letzte Woche betrachten. Da wurden einige bisherige Unterstützungen, nämlich bei 1192 und bei 1139 einfach mal aus dem Markt geschossen. Nachdem die T-Aktie das Hoch von Mai bei 13,16 Euro nicht halten konnte, ging es jetzt nach dem Unterschreiten, hier sehen wir auf dem Chart auf Wochenbasis, nach dem Unterschreiten der 40-Wochen-Linie, die aktuell genau bei 12 Euro liegt, doch sehr deutlich und sehr rasch nach unten, sodass wir die nächsten Unterstützungen im Bereich von 10,90 Euro und darunter bei 10,58 Euro sehen, bevor sich die T-Aktie, sollte es dazu kommen, wieder mit dem Gedanken befassen möchte, möglicherweise im einstelligen Bereich zu notieren, denn zwischen 9,92 Euro und 10 Euro befindet sich dann nochmal eine entscheidende Unterstützungszone. Mit dem Blick auf die letzten sechs Monate sehen wir auch hier die deutliche Abwärtsbewegung der vergangenen Woche und das Kursgap, beziehungsweise zweimalige Kursgap, zum einen von Anfang, das andere vom Ende der Woche, ausgelöst durch die verschiedenen Schlagzeilen der Deutschen Telekom, die zum einen weiterhin die US-Tochter T-Mobile USA gerne an den Mann bringen würde, doch da sprang der aussichtsreichste Mitbieter Sprint am Anfang der Woche ab, kurz danach gab es Quartalszahlen bei der Deutschen Telekom, die sorgten dann wieder für eine Gegenbewegung als die T-Aktie, auch besser als der Marktabschluss. Unter dem Strich ging es für die Deutsche Telekom allerdings auch deutlich nach unten, sodass wir auch hier im kurzfristigen Chart wieder die Unterstützung bei 10,92 Euro, die von einer Aufwärtstrendgeraden zusätzlich verstärkt wird, als richtungsweisenden Punkt betrachten, gelingt die Trendwende hier oder auf dem aktuellen Niveau, kann sich eine Erholung zunächst bis zum Doppelhochanfang der vergangenen Woche bei 11,60 Euro fortsetzen. Wenn dann die T-Aktie noch weitere Kraft aufbringen kann, kann sie das Kursgap bis 11,82 Euro auch schließen. Nach oben besteht eine Abwärtstrendgerade ausgehend vom Jahreshoch bei 13,16 Euro und diese verläuft derzeit bei 12,45 Euro und sollte die Notierungen dann allerspätestens stoppen. Von der Aktie der Deutschen Telekom zu unserem dritten Thema, dem Silberpreis und wir bleiben auch hier in der zunächst übergeordneten Abwärtstrendbewegung, allerdings beim Silberpreis nur bis Mitte des vergangenen Jahres, Denn seitdem zeigt sich beim Edelmetall doch eine ausgeprägte Seitwärtsbewegung, die derzeit zwischen 18 US$18 und 25 US$12, wenn wir es auf die vergangenen zwölf Monate abstellen, verläuft. Wenn wir uns allerdings dann im folgenden einen kürzeren Zeitraum betrachten, sehen wir ebenso, dass sich die Bandbreite der Seitwärtsbewegung in den vergangenen Monaten noch einmal verringerte. Den jüngsten Höhepunkt in diesem Chart erreichte der Silberpreis im Mitte 2011. Knapp 50 US$ war eine Feinunze dann wert. Seitdem ging es langfristig abwärts. Derzeit befinden sich die Notierungen aber wieder über dem bisherigen Abwärtstrend, den wir aus diesem Grund auch grün gekennzeichnet haben, da er nach unten als eine weitere Unterstützung dienen kann. Nun aber zum Blick auf die letzten sechs Monate beim Silberpreis. Da sehen wir, dass sich die Bandbreite verringert hat. Der Seitwärtsbewegung auf 18 US$61 nach unten und 21 US$98 nach oben. Das waren die Leitplanken der letzten sechs Monate. Auf ganz kurzfristige Sicht geht es seit Mitte Juli wieder nach unten. Diese kurzfristige Abwärtsrengerade befindet sich derzeit bei 20 US$41. Von unten kommt allerdings eine ebenso kurzfristige Aufwärtsgerade dazu, die bei 19 US$81 derzeit eine feste Unterstützung bietet. Den Bereich um 20 Euro haben wir gekennzeichnet, weil er beim Silberpreis in den vergangenen sechs Monaten bei einem Überschreiten zweimal, und zwar im Februar und dann noch einmal im Juni, jeweils zu einer deutlichen Aufwertung einer Finanze geführt hat. Gelingt das wieder und wird dann auch der kurzfristige Abwärtstrend aus dem Markt genommen, gelten die Widerstände bei 21 US$29 und darüber hinaus die Oberseite der Seitwärtsbewegung der vergangenen Monate bei 21 US$98 als nächste Anlauf stellen. Geht es allerdings darunter, und zwar aktuell unter 19 US$81, dann müssen wir die Unterstützungen bei 19 US$20 und 18 US$61 wieder in Augenschein nehmen. Das war der ING Markets Morning Call für Montag, den 11. August 2014. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis morgen.